So, jetzt sind wir an der Karoche Bar und hier haben wir eine ganz tolle Überraschung für euch. Kommt mit. Hallo, guten Abend. Ich habe gehört, du hast einen ganz tollen Laden und ein ganz tolles Konzept dazu. Ja, ist richtig. Wir haben hier ein ganz neues Konzept. Die Idee kommt ursprünglich aus Amerika. Die nennt sich Blow-Dry Bar. Wir heißen Blow-Dry Lounge und wir sind einzigartig in Deutschland, weil wir auch in einer Kombination Haare schön machen mit einer Cocktailbar. Also das heißt, bei uns gibt es auch tolle Cocktails, Champagner, was das Herz begehrt oder was die Frau begehrt. Und obendrein machen wir halt diese Beauty-Menüs. Wir schneiden nicht, wir färben nicht, aber man bekommt bei uns ein schönes Make-up, man bekommt bei uns schöne Haare, Locken, glatt, glänzend, was auch immer. Und dann schöne Nägel, Fingernägel, Shell-Lack machen wir, Fotoshootings und so Geschichten kann man uns für buchen und das ist eine ganz runde Sache sozusagen. So, schön. Das ist also dein Baby. Das ist unser Baby, ganz genau. Ja, das ist Dry Lounge First Floor, weil wir auch in der ersten Etage sind. Und unten ist die Cocktailbar und hier oben ist der Beauty-Bereich. Und hier kann man, wenn man möchte, sich sein lassen und sich hübsch machen lassen. Innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde kann die Dame dann wieder außen raus gehen. Und ist glücklich, ist glücklich. Was ist denn das hier? Das ist halt das neue Airbrush-System von Temptu. Das ist halt aus Amerika. Das Airbrush gibt es dann natürlich schon länger. Aber das Besondere daran ist, dass man halt nichts mehr sauber machen muss. Das heißt also, man kann einfach es sofort wechseln. Das heißt, Make-up rein, dann gleich das Rouge drauf oder Wong Sing Highlighter. Alles schon drin. Es ist wasserresistent. Es ist vollkommen egal, was für ein Hauttyp du bist oder was du möchtest. Du kannst damit alles realisieren. Es ist wasserabweisend und sieht sofort frisch aus. Super. Ich wollte eigentlich meinen Freund hier hinschicken, aber dann haben sie mich hier hingezehrt und ich bin halt zufrieden. Ja, also ich habe im Moment auch andere Friseurgeschäfte. Das ist auch ein anderes Konzept. Das nennt sich Time-Cutter. Und Time-Cutter bedeutet bei uns, dass wir nach Zeit schneiden. Es hört sich erstmal super schnell an, aber bedeutet eigentlich nur, dass früh der Haarschett günstiger ist als abends. Also das heißt, wer früh zu uns kommt, der spart sozusagen auch ein bisschen Geld. Und wir sind kein Billigfriseur. Wir sind aber auch nicht teuer. Also wir sind so im oberen Drittel, würde ich mal sagen, und nehmen uns sehr viel Zeit und machen eine sehr gute Beratung. Wir haben tolle Coloristen bei uns, tolle Cutter bei uns. Und ja, das ist auch mal wieder was anderes als das. Aber die Friseurschäfte ist sozusagen unsere Basic. 1 2 1 2 3 4 1 2 Bis zum nächsten Mal.